Ja, guten Tag meine Damen und Herren, ich bin hier auf dem Internet Bootcamp in London. Mein Name ist Nascha Ambrosch und ich habe den Karl Wiesner getroffen. Der macht, glaube ich, irgendwas mit Prüfungsangst, aber jetzt will ich es doch nochmal genau wissen. Herr Wiesner, Karl, was bietest du denn genau an? Ja, ich biete an ein Verfahren, mit dem man Prüfungsangst reduzieren oder ganz verlieren kann. Also das ist ja ein großes Problem für viele Leute. Speziell für wen ist es gut? Es ist ja für viele Leute ein Problem, die vor einer Prüfung stehen. Das sind zum Beispiel Fahrschüler oder auch die ganzen Studenten und Schüler, die leiden einfach fürchterlich daran. Und viele Leute können einfach nicht ihr volles Potenzial ausleben, einfach deswegen, weil sie die Angst haben. Und dann haben sie nicht das volle, fällt ihnen einfach das nicht ein, was sie so wissen sollten. Und die Fähigkeiten, die sie haben und ihr Wissen, die sie haben, können sie nicht auf den Punkt bringen. Und damit verlieren sie dann den Erfolg, den sie eigentlich haben könnten. Wenn sie nur diese blöde Prüfungsangst nicht hätten. Und man muss dazu sagen, Prüfungsangst kann man ganz leicht verlieren. Das geht ruck, zuck, in drei Stunden ist die Sache erledigt, ist weg und die Leute sind befreit. Outstanding, das ist ganz toll, das hört sich super an. Und was ist jetzt das absolut Wichtige daran? Ja, das Wichtige ist eben, Prüfungsangst ist nur eine Geschichte, die im Kopf ist und das kann man auch wieder weg machen. Das hat man gelernt, kann man wieder fair lernen. Wie genau mache ich das? Das ist ein mentales Verfahren. Es geht einfach um Bilder, die man im Kopf hat, die man einfach wieder löschen kann. Und das geht in kürzester Zeit, oft in einer Stunde, manchmal schon in drei Stunden. Und ich habe da so eine Homepage gemacht, wie auf dem Internet. Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Wie kann ich mehr über Sie erfahren? Das ist die 1,2,3 Angst vorbei Homepage, ist ein toller Name. Und da gibt es sogar einen 1 Euro, nur einen 1 Euro billigen Ratgeber, günstigen Ratgeber, mit dem man schon seine Angst ganz enorm reduzieren kann. Wunderbar, ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen viele Menschen, die dann angstfrei ihre Prüfung gut meistern.